Möchtest du damit vielleicht warten, bis ich, äh, nicht, dass der direkt gleich beim nächsten kommt und dann... No risk, no fun. Oh je. Sie sieht nur unten die Message so, oh oh, oh oh, oh oh, Seiko mach keinen Scheiß, mach jetzt keinen Scheiß. Du weißt, dass du mich damit verletzen kannst. So. Ich komme jetzt, äh, zu dir. Zeitnah. So, und zeitnah. Ja, ich bin aber relativ kurz hier, ähm... Fünf Minuten bei Frauen beim Anziehen, beziehungsweise fertig machen. Ja, kurz, ähm, sterben, okay? Das, das war kein kalkulierbares Risiko. Fünf Minuten, äh, das war ein Stein, der von oben runtergekommen ist. Den erkennt man immer durch die Trittplatten auf dem Boden. Ja, unter Wasser. Im Dunkeln. Ah. Warum war das doch so denn noch dunkel? Weil ich kein Dings, kein, kein Knicklicht geworfen hab. Ja. Gut, dann hätten wir das schon mal erklärt, ähm... Aber das sind dieselben fünf Minuten beim Fertigmachen einer Frau, wie die fünf Minuten, die ein Mann sagt, Schatz, ich komm gleich heim, ich bleib nur noch fünf Minuten am Tresen. Oder dieselben fünf Minuten, wenn ein Mann sagt, ich muss mal kurz aufs Klo. Ach, also, so lange... Ja, so lange ist dann... Du gehörst vielleicht zu der schnellen Sorte. Aber... Also, die fünf Minuten habe ich schon erlebt, und die sind wesentlich länger meiner Frau auf die fünf Minuten nach dem Motto, ich geh mal aufs Klo kurz. Ja, hast du, dann hast du's noch nicht erlebt, wenn ich mich fertig mache, aber ich bin da ruckzuck fertig. Du... Dockst ja auch. Das ist jetzt auch ein Grund. Ein Beispiel. Du weißt, äh, Raid und... Du hast den Ninja Loot Skill 3000, äh, over 9000, ne? Das klar. So. Gehst du kurz an deinen Kleiderschrank, lootest den, sagst alles klar? Ja, so ungefähr. Vergleichst kurz die Stubs von dem, was du gerade anhaft. Sagst, hm, das ist sauber, naja, okay, kommt sich halt das an. Die Tiefe des Ausschnitts. Möglichkeit, äh, neun Prozent kritische Trefferwertung bei, äh, Männern, Single-Männern, ne? Nee, so hohe Kritz habe ich auf meinen Klamotten nicht. Da muss ich noch einkaufen gehen vorher. Ja, ja. Sagst, ich brauche neue Klamotten, wieso denn? Ja, mein Kritz ist noch nicht hoch genug. Oh, Mann, ne? Ja, heute Abend ist wieder Raid, was? Ja, ich treffe mich mit meinen Freundinnen, wir saufen allen, dann gucken wir, ob wir uns Tripper klar machen. Ha, 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 ha. Hä? Ah, Hilfe. Jetzt müssen wir uns für die WoW-Show aufheben, mit der wir mal bald anfangen sollten. Ja, ha, ha. Wir haben da irgendwie irgendwo eine gescheite Kamera. Ja. Weil ich glaube, dass meine Webcam noch ein bisschen zu schlecht ist dafür. Muss ich mal gucken. Die Kamera macht, also was die für eine Qualität rausbringt, die ich mir leihen könnte. Ja. Wenn die gut genug ist, dann, äh, dann die Idee dahin. Ich mein, im April, im April, ähm, wird das, denk ich mal, werde ich mir da was organisieren können selber. Nichts arg, äh, Gutes, aber schon, schon akzeptabel. Äh, ich, 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 denke, ich kann mir, denke ich, eine Leihen. Das wäre ja auch nicht das Schlimmste. Weil, eigentlich, eine ganze Zeit lang ist man gar keine schlechte Variante, sich was zu leihen überhaupt. Ja, aber jedes Mal, wenn wir drehen, dann Leihen. Weil wir müssen ja auch öfter als einmal drehen. Ja, das ist klar. Da ist er. Da kommt er. Irgendwo hier ist er. Wir sind am Arsch. Äh. Da stehen Eis an. Ich glaub einfach drauf. Du bist am Arsch. Nee, ich hab ihm den Kopf weggehauen. Deswegen ist er jetzt so ein bisschen... Kopflos? Mhm. Ja. Nee, wir kriegen ihn echt kaputt. Und zwar ziemlich gut. Ja. Die Morgensterne sind schon auch echt hilfreich bei sowas. Jetzt muss ich da weg. Sonst hab ich ein voll fettes Problem am Hals. Mehr drauf. Ich glaub vielleicht einfach drauf. Ich seh nichts mehr. Ich glaub, dass ich das irgendwie überlebe. Ich seh nur noch Matsch. Ich glaub einfach, dass ich das irgendwie überlebe. Ich seh nur noch Matsch. Okay, ich muss hier kurz weg. Wo ist er denn? Da ist er. Ist tot. Oh, wir haben ihn tot bekommen. Wir haben ihn wirklich tot bekommen. Vor allem wie schnell, ne? Das war jetzt cool. Das ist ne coole Aufnahme. Ja. Ja. Was sagt mein... Ja gut, 44 die Monit habe ich jetzt bekommen. Ich hab auch nochmal 70 und ähm 22 von diesen Schuppen. Ja gut, das ist hier fair. Okay, hier ist nix. Das ist sehr fair. Da ist nix. Hier, da, du, da. Oh. Okay. Haben wir eh noch nicht alles voll. Ja. Ich hab auch eins bekommen eben gerade. Oh, ein Christmanner. Yay. Ähm. Wollen wir noch mal irgendwo uns eins suchen? Genau. Oh, genau. Ich wollte gerade fragen, hast du noch irgendwo hier gesehen? Ich will mehr töten, noch mehr Eier töten. Ja, hier dazwischen waren noch ein paar. Zwischen unserem letzten Todespunkt und hier halt, ne? Es müssen noch welche gewesen sein. Was heißt denn überhaupt nicht hier zwischen unserem letzten Todespunkt? Achso, stimmt. Ich bin ja gestorben. Nicht so. Das war der letzte Punkt, das äh... Ah, also eins. Da drüben sind auch noch welche. Boah, hier waren wir zuletzt, deswegen hab ich ja zuerst geguckt. Ich sammle es gerade ein. Ich komm extra den Stein ab und sie sammle es ein. Äh, dafür hab ich mir das gesnackt. Tja. So. Da unten ist noch eins. Ich flieg das hier mal frei, so gut es geht. Und hier unten sind noch zwei. Wenn, wenn halt alle Eier weg sind, dann müssen wir ab und zu mal, äh, eine Zweitwelt zum Farmen einfach missbrauchen. Ja, oder wie kann man sich denn den, äh, herbeirufen? Auch bestimmt. Ne, ich glaub nicht. Einfach nur durch die Eier. Ähm, aber so machen das alle anderen auch immer. Ja, machen sich dann eine zweite Welt. Hast du mal bei anderen geguckt, die auch Terrariales Plate haben? Nee, aber ich weiß, dass das so ist. Ach so. Dass da extra sich Farming-Welten halt, weil dein Charakter ist ja dein Charakter halt. Und es ist auch ganz normal, dass wenn deine Welt irgendwann fertig ist, dann... Das ist ganz normal, dass du ein Paralleluniversum hast. Das ist wie Urlaub. Die wohl auch nochmal existiert. Das ist wie Urlaub. Das geht auch so. Nein, ich bin nicht auf dieselbe Seite mit dir. Ja, das wäre kontraproduktiv. So. Oh, das macht echt schon was auf, wenn man so zwei, drei, äh, Defense mehr hat, ne? Ich muss mal schnell nen Trank schmeißen. Oh, jetzt sind's drei. Kommt mir mal nen Herzentiment. Ah, ich komm nicht mehr dran. Ich bin zu klein für sowas. So, das viel wäre dann mal wohl hinüber. Herzchen. Danke Herzchen. Hä? Ja, ich bin fast tot. Oh. Wo bleibt er denn? Elfer. Nein. Oh. Er ist tot. Ich muss mir schnell das Herz holen, deswegen bin ich hier so komisch hingesprungen. Aber hier liegt noch ein Loot. Okay. Ich glaube, wir haben vielleicht noch ein Ei hier in der Welt oder so. Ein linkes Ei. Also viel ist es nicht mehr. Ja. Da drüben sehe ich eins. Ich habe gerade das. Komm, hilf mir. Oh, Movie 3 und Ne, wenn ich was. Ne, hier, Quatsch. Oh, das war 666. Oh, niemand mit dem du schläfst. Deutscher Film, ne? Okay. Okay. Ein bisschen älter, ja. Jan Josef liefers und nachhast nicht gesehen, wenn er noch alles dabei ist. Sehr lustig. Setzung. Und da war es dann auch so, er sollte in die Hölle wandern, in Zelle 6. Mit Zelle 6. Ah, das war eins. Bisher ist da nur Stalin und Hitler drin. Oh, gut. Vielleicht haben wir Glück und finden noch ein zweites. Wenn nicht das schon ausreicht. Nein, das hat leider nicht gereicht. So. Hier ist Tote Hose. Dann müssen wir noch mal weiter unten suchen, weil das wissen wir aus der großen Map. Vielleicht haben wir es dann ja hier das Glück auch. Dann lass uns mal da lang gehen. Da unten ist auf jeden Fall noch eine Falle. Wo die Höhle hier war, weißt du? Wo es mich gerade zerfleddert hatte. Ah, kein Doppelsprung. Stammt. Fug. 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 Fug die Fug. Er sei. Fug. 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 Ganz links war das. Fug. 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 Ich bin schmordern. Ich bin nicht da. Ich hab so ne kleine Meinungsverschiedenheit mit, äh, so'n, äh. Eine kleine Meinungsverschiedenheit? Alter, alter, lass mich! Ich möchte nicht sterben. Ich hab außerdem noch kein Testament gemacht. So, ich hab die Höhle gefunden. Deine Höhle vorziehen? Ah, hier haben wir ein paar Edelsteinchen. Hier sind wir gar nicht runter, ich dachte, dass wir hier sehen, wir runter. Ja, da bin ich auch gerade runtergefallen, so ganz sinnfrei. Ähm, du willst bestimmt einen Herzcontainer, oder? Ja, ich bin bei 200. Ich auch. Soll ich nehmen? Wie du auch, so'n, weil, wie wär's? Hast du den denn im Kommen? Dann nehm ich den einfach mal. Dann kriegst du den nächsten. Äh. So, dann will ich mal das Dämonit hier abbauen. Goldkrone. Oh, ist ganz viele Edelsteine da oben. Ah, da ist ne golde Kiste! Vielleicht ist da ja mein Spiegelchen drin, ne? Ähm, Engelstatue, ein Auge zu Cthulhu rufen, ein Dynamit-Ding, sechs Gold-Barren. Du, machen wir mal kurz ne Aufnahmepause. Hast du gehört? Ja. Weil, es hat gerade ein bisschen Düng gemacht und ich bin mir nicht sicher, ob alles noch in Ordnung ist mit meinem PC. Deswegen sag ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Alles klar, schön. Tschüss! Tschüss!